halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu this is the police ja wir haben jetzt erst mal hier ein bisschen mit gesehen bad also ein schwarzes auto definitiv es war ein schwarzes auto es fehlen aber ein paar bilder da fehlen ein paar bilder da fehlt ein paar bilder definitiv sorry mein gott da fehlen ein paar bilder Mantan in progress ich habe jetzt einenel Head in progress Zwei weinende Jungen, eindeutig unter Schock, stehen gefährlich nah am Rand der Brücke. Ihr betrugt nur ein aufgewühlter Vater, schiebt sie langsam auf den Abgrund. So tun sie das nicht, alles wird gut. Beruhigen Sie sich, mein Freund, erzählen Sie mir von Ihrer Frau. Beruhigen Sie sich, mein Freund, erzählen Sie mir von Ihrem Mann. Er hat auch gesagt Jason oder sowas, ne, oder irgendwas. Also es war auf jeden Fall ein Männername. Mein Freund, erzählen Sie mir von Ihrem Mann. Ein starker Windstuf weht eines der Kinder beinahe von der Brücke, aber der Junge fängt sich im letzten Moment anstalpert mit einem aufgeschürften Knie zu Boden. Zurückhalten und den Mann nicht weiter beunruhigen, den Kindern zu Hilfe eilen. Hören Sie den Unsinn auf, diese Kinder haben schon genug gelitten. Hören Sie mit dem Unsinn auf, diese Kinder haben schon genug gelitten. Zurückhalten und den Mann nicht weiter beunruhigen. Hm. Beide könnten... Ich versuche mich immer vorzustellen, wie man mit so einer Person dann redet oder... Zurückhalten und den Mann nicht weiter beunruhigen. Der Mann nuschelt und sagt, dass es keinen Grund gäbe, das unausweichlich hinaus zu zögern. Machen Sie sich klar, was Sie da tun wollen. Es gibt Menschen, die sich um Sie sorgen und Ihre Kinder haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Sie können nicht einfach diese Entscheidung für Sie treffen und eine Waffe aus dem Mann richten und ihm befehlen, sich von der Karte zu entfernen. Ich mache das so. Ihre Kinder haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Sie können nicht einfach diese Entscheidung für Sie treffen. Super. Das haben wir gut hingekriegt. Das haben wir gut hingekriegt. Zerstörung von Eigentum. Ein junger, betrunkener Motorradfahrer ist mit seinem Fahrzeug in eine Kirche eingedrungen, fuhr zwischen den Bänken umher, entweweite das kruzifixen Flodern vom Tatort. Das ist echt cool. Okay. Errückung öffentlichen Ärgernisse. Sekretärin Abigail Jones hat gegenüber der Polizei ausgesagt, dass ihr Chef Martin Kavek von einem Meeting sehr aufgebracht zurückgekommen sei. Er holte nach seiner Rückkehr eine Tüte weißes Pulver aus dem Self und hat die Tür abgeschlossen. Jetzt schreit er ununterbrochen und fühlt sich wie ein Wahnsinniger auf. Dabei fordert er von seiner Sekretärin, ihm den Kopf eines Einhorns zu bringen. Ansonsten würde er ihr mit einem Brieföffner die Kehle durchschneiden und dann ihre Familie erledigen. Okay. Gut. Ein Mitglied der Familie war mit einer geheimen Liebschaft in einem Restaurant zum Abendessen verabredet, aber da es eben eine geheime Liebschaft war, waren die Sicherheitsvergärungen Lachs und einer von Vargas Männern konnte eine Granate in den Raum schmuggeln. Das war am besten von der Polizei erledigt, inoffiziell natürlich. Natürlich. Meine Güte, ne. Die Hälfte meiner... Da ist eine Frau bei. Ich muss gerade mal zählen, ey. Kokain. Von der Mafia natürlich verkaufen lassen. Ich bin ein sehr korrupter Mensch. Ich bin ein sehr korrupter Mensch. Kann ich nicht irgendwie da noch jemanden hinschmuggeln oder so? Detectives. Ich möchte, dass die sich jetzt auch mal dem da annehmen. Da mal reingucken, dass wir da mal fertig werden. Heiselnahme mit Todesfall. Ein Mann im Anzug ist in die Empfangssaal einer Bank gekommen und hat mehrere Kunden getötet. Er hat kein Wort gesagt. Er hat einfach nur das Feuer eröffnet. Hat eine Zeuge berichtet. Ein Dutzend Leute ist immer noch in dem Gebäude und die Forderungen des Täters sind weiterhin unbekannt. Okay, dann schicken wir natürlich das SWAT-Team erstmal hin und dann natürlich zwei Bullen erstmal. In der Stadt, ey. Die niemals schläft. Da passt das, ey. Ich habe eigentlich The Evil Within hier noch liegen. Ich traue mich die ganze Zeit, das nicht zu bespielen, also zu let's playen. Okay, die brauchen Verstärkung. Schicken wir denen natürlich. Ich habe aber gerade nicht viele Polizisten hier. Hier. Na gut. Das hat ja nur was gebracht. Ich will die aber nicht töten lassen, die Bullen. Aber Feuern ist auch kacke. Eine zuckersüße junge Frau namens Anna ist eine wichtige Quelle für uns in einer großen Buchhaltefirma. Als sie heute von der Arbeit nach Hause kam, musste Anna feststellen, dass ihr Haus brannte und die Arschlöcher, die den Brand gelegt hatten, hingen noch herum und bewunderten ihr Handwerk. Wäre es nicht schön, wenn jemand ihre Schädel einschlagen und sie in den Flammen stoßen würde? Oh, schön. Da habe ich noch ein paar Sachen gekriegt. Da warte ich aber noch ein bisschen. Können vielleicht noch ein paar Fotos rauskommen. Okay, es sieht aus, als wenn Sands wirklich gewinnt. Oder Sands, ich weiß es nicht. So, die Hälfte meiner weiblichen Polizisten. Ich habe hier eine. Ähm, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Ich habe wie viele Männer? Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Ich müsste einen, eine Frau. Ich müsste einen feuern. Einen Typen feuern. Wo ist Birdie? Äh, Birch. Birch. Birch, keine Ahnung, wie der heißt. Wo ist der? Ah, keine Ahnung. Eins, zwei, drei, vier. Ja, da müssen welche... Ach, das ist die... Ach so, ja, okay. Jetzt habe ich es wieder verstanden. Tag 16, 30. Juli, Dienstag. Geschäftsleute kündigen an, die Stadt verlassen zu wollen. Freeburg könnte ein Filmstudio erhalten. 86 Prozent. Der Bürger gegen Abriss des Maisdenkmals. Okay, ich muss jetzt einen feuern. Einen feuern. Den Smith. Wenn ich nicht feuern kann. Ich mache das jetzt anders. Freie Stelle Polizist. Sie können jetzt einen weiteren Polizisten einstellen. Ich muss ihn nicht feuern. Ja, ich kann eine Polizistin einstellen. Super. Okay. Eine Polizistin. Hier. Carrie Hunter. Perfekt. Schicht A, das ist Schicht B. Wir stellen die für Schicht A ein. So, super. Und Gehaltserhöhung. Sie verdienen jetzt 10 Prozent mehr. Und Freie Stelle Detective. Sehr schön. Ich weiß nicht, habe ich viele Frauen da oder viele Männer? Ich glaube, viele Männer, ne? Ich nehme sie hier. Obwohl, ne, ich nehme ihn. Ich glaube, Schicht B. So. Swat-Verbesserung. Sie können jetzt das Swat-Team verbessern. Effizienz um 50 Prozent. Arbeitet zweimal am Tag. Ja. Das auf jeden Fall. Und? Mit den 50 Prozent teilen. Genau. So. Jetzt gucken wir uns noch die Ermittlungen an. Detectives. Sie kriegt da auf jeden Fall ihn noch zugeteilt. Damit er ihr hilft erst mal. So. Jetzt gucken wir uns hier die Details an. Die haben da noch ein paar Briefchen gefällt. So. Ich habe jetzt natürlich nicht hier... Es wäre ja jetzt, rein theoretisch... So. 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 Und dann so, oder? Nee. Es ist so nicht. Warte mal. Vielleicht kommt der weg. Dann wäre es vielleicht so. 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 Nee. Passt. Es passt noch nicht. Es passt einfach noch nicht. Der Hauptanwalt der Sen-Familie wird rund um die Uhr bewacht. Und dasselbe gilt sogar doppelt für seine Kinder. Aber bevor er sie heute Morgen von der Schule abholen konnte, haben ein paar Leute von Varga sie entführt. Wir wissen nicht, wie Varga sie finden konnte. Sie leben unter falschen Namen. Wir müssen auf jeden Fall schnell eingreifen. Sie können nicht weit gekommen sein. Dann schicken wir Yenki und Kinochi. Kotschi. Kinochi. Kotschi. Yenki. Ich weiß nicht, wie ich... Ich spreche die Namen wahrscheinlich alle falsch aus. Aber ist egal. Ja, denn darum geht es ja nicht. Das sind halt meine kleinen Insider-Tipps. Oh. Ähm. Gewaltsame Auseinandersetzung. Zwei Studenten höheren Semesters haben mitten in einer Chemie-Vorlesung angefangen, miteinander zu kämpfen. Ihre Dozentin, Dolores Pounda, versucht zunächst, sie zu beruhigen. Aber als sie sie voneinander trennen wollte, wurde sie ins Auge gestochen. Oh. Oh. Diebstahl in der Nacht in einer unbekannten... Achso. Ich habe nichts. Ich habe keinen frei. Ich könnte aber einen frei kriegen. Detektives. Ich könnte... alle Plätze löschen. Und dann könnte ich sie anheuern. Achso, sie muss da erst hinfahren. Logisch. Drogenverkauf. Miss Domba hat ausgesagt, dass eine Krankenschwester ihr im Krankenhaus Drogen verkaufen wollte. Ich bin wegen eines gebrochenen Abends zum Arzt gegangen. Die Krankenschwester hat mitgehört, wie ich mich über die Schmerzen beklagt habe und wartete, bis der Arzt weg war. Dann hat sie mir von den Tabletten erzählt, die sie für mich besorgen könnte. Besser als Bikodin, hat sie behauptet. Oh. So, nein, ist immer noch nicht da. Ermittlung hat begonnen. Schön. Können wir ihr den nämlich noch zuteilen, dann sind sie nämlich zu zweit. Ansonsten muss ich das aufteilen und die erstmal alle zu einem schicken, damit wir mal vorankommen. Natürlich verkaufen wir das von der Mafia. Cornelius Blunt. Mr. Boyd, ich bin ein wohlhabender Mann und ich bin besorgt über die Zukunft unserer Stadt. Ich würde gerne drei neue Stellen bei ihrem Department finanzieren. Uh. Aber ich muss eine Bedingung stellen. Mein Adoptivsohn bekommt einen dieser neuen Jobs und sie dürfen ihn natürlich unter keinem Umständen feuern. Kommen wir zu einer Einigung? Okay. Dann ist es halt Kanonenfutter. Der. Verzeiht mir. Ui. Ui. Ui, 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 ui. Oh mein Gott. Ich hab totalen Frosch im Hals. Ein paar Schläger haben die Halbschwester eines unserer Familienmitglieder direkt auf offene Straße entfernt. Ihr Fahrer hat uns aus einem Nahtilfon zu der Auten gerufen, aber er ist ein Weichei und konnte nicht viel Ton. Die Beschreibung klingt nach Vargas Männern. Wenn ihr als Erste da seid, haltet sie für uns fest. Tut ihnen nicht zu sehr weh. Geht einfach nur sicher, dass sie nicht entkommen. Wir haben etwas Besonderes mit ihnen vor. Okay. Ähm. Nein. So. Arbeitsmarkt. Wir können zwei neue Stellen. Ähm. Aber nur Polizei, ne? Das ist Schicht A, das ist Schicht B. So. Wir haben bei... Wir haben Gleichstand jetzt mit den Polizisten. Dann schicke ich einen zu A und einen zu B. Gut. Du kommst zu Schicht A. Und du kommst zu Schicht B. Scheiße. Jetzt habe ich ja wieder die Frauen. Ach nein. Ich hätte das erst abwarten sollen. Raub. Ein Parkplatzwichter hat soeben angerufen und berichtet, dass eine junge Frau, die aus einem teuren Auto stieg, von einem Mann mit Kapuze bedroht wurde, der ihr anschließend die Handtasche abnahm. Ähm. Scheiße. Eins, zwei, drei... Eins, zwei, drei, vier. Vier Frauen. Eins, zwei, drei, vier Männer. Angriff mit offenen, äh, offensiven Waffen. Ein älterer Insasse, der das Essen in der Kantine des Gefängnisses leidt war, ist mit einem improvisierten Messer in der Küche gekommen und ein ernstes Wort mit dem Koch zu reden. Eine Wache hat die Polizei gerufen, da er selbst zögert, die Küche zu betreten. Er will den Gefangenen nicht weiter provozieren. Was sind das denn für Männer, ey? Ich meine, ich würde es auch nicht machen, aber es ist deren Job, ne? Sie müssen ja schon damit rechnen, dass irgendwie sowas passiert. Äh, Stellvertreter... Ich kann einen Stellvertreter nehmen. Ach ne, Grillfest. Polizei, die Angestellten zur Ausbildung schicken. Oh, Spitzel anheuern. Angestellten zu einer lockeren Freiluftparty schicken. Hm. Ich will jetzt aber kein Geld dafür ausgeben. Sollte ich aber vielleicht mal tun. Achso. Angriff mit offensiven Waffen. Ähm, auf dem Küchenboden liegen zerbrochene Teller und eine Pfanne voll mit einer matschigen Masse. Ein ältlicher Insasse sitzt auf einem Hocker, taucht seine Hand in die Masse und hält sie dann im Kochensgesicht, den er anschreit. Versuch du mal dieses Scheiße zu essen. Kochen wir doch etwas anderes. Dauert noch einen Moment. Oder hey, wir haben hier ein paar frische, warme Burger. Oder ihr habt Glück, dass ihr überhaupt was zu essen bekommt. Nein. Hier, hier habt ihr ein paar frische, warme Burger. So klärt man dat hier. Notrufstelle. Die Mafia wird einen falschen Notruf abgeben und alle Beamten, die am Tatort eintreffen, werden getötet. Bis zu drei Polizisten. Ich muss drei Polizisten töten oder, 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 oder feuern. Scheiße. Ähm. Ich möchte keine Männer verlieren. Das ist das Problem. Ich muss auch erst mal zählen. Ich habe hier vier Frauen. Ich habe auf den anderen, glaube ich, auch nur, ich hatte fünf, ne? Ne, ich hatte sechs. Sechs Frauen. Drei, vier. Ich muss zwei killen. Aber es ist auch, mein Gott, das nervt. Ich muss, oder? Pass auf. Ich muss noch mal eben jetzt hier einmal gucken. Ich habe eins, zwei, da ist sogar nur eine Frau. Scheiße. Eins, zwei, drei, vier. Und eine neue habe ich eingestellt. Das heißt, wir haben fünf Frauen. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Männer. Kann ich die nicht feuern, irgendwie? Wir feuern den jetzt erst mal legal. Den Smarty. Äh. Ich kann niemanden richtig feuern, ne? Das ist auch nur meine Schuld, ey. Ich kann zwei töten lassen. Würde das hinkommen? Ich weiß es nicht. Ich muss warten. Keine neue Ansichten gefunden. Ja, aber was heißt das denn jetzt? Es kommt ja nicht drauf. Hier, pass auf. Das dunkle Auto kommt um die Kurve, gerast über den Bürgersteig und fährt dann einfach weiter. Hat den Mann voll erwischt und nicht mal gebremst. Das dunkle Auto. Dann, kurz vor dem Zusammenhang habe ich ein paar Betrunkener aus der Bar geworfen. Das ist ja uninteressant. Äh. Vor ein paar Tagen hatte Dad Ärger mit ein paar Leuten. Ich glaube, sie haben bedroht, bevor sie gegangen sind. Hopkins. Ich habe zwei Leute in dem Auto gesehen. Die sind direkt an mir vorbeigefahren. Der Mann aus dem Verfasser hatte einen Bart. So. Klimek dachte, jemand würde ihn verfolgen. Sagte, er würde diesen Mann überall sehen und dass er aussahen würde, wie jemand, den er in der Bibliothek gesehen hat. Ich versuche es mal hier mit. Dann versuche ich es hier mit. Hier mit. Hier mit. Nein. Ich weiß es nicht. Sorry. Was ist denn hier mit los? Ich weiß es nicht. Ich komme da nicht drauf. Vielleicht bin ich gerade ein bisschen zu blöd oder so dazu. Irgendwie kommen gerade keine neuen Aufträge rein. Ich weiß auch nicht. Wir beenden jetzt erst mal den Tag hier. So. Jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Frauen. Was ist mit ihm hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun. Sechs Frauen. Gut, ich kann sie jetzt sowieso nicht feuern anscheinend. Tag 17, 30. Juli, glaube ich. Ehemalige Angestellte der Stadtverwaltung gibt zu. Offizielle Arbeitslosenzahlen seien fernab der Realität. Arbeitslosigkeit in Fribourg auf historischem Tiefstand. Einkommen der Bürger seit Neujahr um 9% gefallen. Ich habe heute Morgen aus Versehen meinen Badezimmerspiegel zerbrochen. Mein Vater hat immer gesagt, dass wir... Oh nein. Nein. Aber ich könnte es jetzt 9 stellen. Ja. Aha. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun. 9 3 4 5 6 1 2 3 1 1 3 4 5 Ich brauche noch eine Frau oder einen Mann. Muss gehen. Ich will die nicht töten halt, ne? So. Äh, erregung öffentlichen Ärgernisses. Die ältliche Emma Westen hat eine Beschwerde gegen ihre Nachbarn eingereicht. Ihr Haus zittert unter den lauten Krach von Knirschen im Metall und den Röhren von Turbinen, begleitet von seltsamen Piepgeräuschen. Aus dem Fenster konnte sie auch sehen, wie sich Personen um das Haus bewegen. Okay. Geiselnahme mit Todesfall. Patienten in der örtlichen Nervenklinik haben beim Frühstück einen Aufstand gegen die Pfleger gestartet. Drei Personen wurden verwundet. Weiterangestellte sind mit dem Patienten im Speisal eingesperrt. Diese haben gedroht, jede Stunde einen Pfleger zu töten, wenn sie nicht entlassen werden. Zack, 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 zack. Wenn jetzt noch einer von den Gefeuerten sterben würde, das wäre Opti, also von alleine sterben würde. Ah! Du kannst mich verletzen. Na, ich glaube, ich sende mal einen Spitzel. Na, wohl, den mache ich später. Erstmal schicke, erstmal können alle zum... Na, ich mach später, 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 später. Wenn ich da mein Ding da voll habe. Reporter und Neugierige haben sich um das Gebäude versammelt. Patienten beobachten die wachsende Menge von den Fenstern im dritten Stock aus. Ähm, einen Unterhändler anfordern. Den Hautuntergang gestillt und das Gebäude über die Hintertür betreten. Einen Unterhändler anfordern. Oh! Zwei tot. Ja. Ne? Das ist ja praktisch. Das ist ja jetzt wirklich praktisch, ne? Äh, kann ich hier... Ach, ich kann ihn nicht mehr wieder zurücknehmen. Na gut. Kann ich mit leben. Kann ich mit leben. Äh, ja. Der, den ich... Den ich gefeuert habe, der ist erschossen worden. Der ist auch weg. Äh, einer ist zusätzlich erschossen worden. Also ich könnte sich rein theoretisch einen einstellen. Aber ich warte erstmal. Okay, ähm, ich muss jetzt eh Schluss machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.